Hallo, meine liebe Top-Familie und liebe The Voice-Fans. Ja, herzlich willkommen leider zu so einem Video von The Voice. Es tut mir sehr leid für alle Techniker da draußen. Guckt mal bitte beim Community-Tab und auch eben hier kurz der Hinweis. Ich war in dem Sinne zu übereifrig und dachte mir, ey, OBS zeigt eine neue Version an. Daniel dachte sich, ich lade sie einfach herunter und ja, Kustekuchen in dem Sinne. Meine Facecam hat sich deaktiviert. Ich kann meine Facecam nicht mehr aktivieren. OBS ist noch in so einem blauen Modus, wo Zahlen angezeigt werden, wenn man auch Bilder bearbeiten will. Ich komme damit gar nicht klar. Ich habe dann gedacht, okay, ich komme damit nicht klar. Lade ich mir einfach in dem Sinne wieder diese alte Version herunter. Ich habe jetzt diese alte Version. Meine Facecam ist immer noch verschwunden. Ich kann die nicht aktivieren. Vor allem, er registriert auch nicht mal meine Webcam. Das OBS, obwohl die Farbe wie die alte Version ist, ist aber in dem Sinne nicht ganz die alte. Es ist nicht eins zu eins synchron. Der Bildschirm ist sehr klein. Unten ist alles sehr weit gezogen. An alle Techniker da draußen. Schreibt mir über Instagram oder über den Community Tab. Ich weiß noch nicht, wie die nächsten Aufnahmen funktionieren sollen vom PC aus. Deswegen auch sorry für die, ähm, ja, für andere Arten von Thumb-Mails. Ich komme aktuell nicht mit OBS klar. Ich habe hier eben fast einen Zusammenbruch bekommen. Ja, deswegen muss es jetzt so funktionieren. Wir reden über die Blind Auditions vom 1.9., das war die fünfte Show. Und den Auftakt gemacht hat Luan Huber, 20, und hat den Song Begin von Maneskin gesungen. Ähm, alle haben sich umgedreht. Ähm, ich bin ehrlich, ich hätte mich tatsächlich nicht umgedreht. Ähm, war nicht so mein Stil, muss ich sagen. Zugegeben, ähm, hat sich für Team Stefanie entschieden. Ähm, kommt aus der Schweiz. Ähm, ich finde, er hat eine relativ hohe Stimme, kann relativ gut zur Kopfstimme kommen. Ähm, das Sprechgesang, ich finde, der war so relativ noch der Beste. Aber mir hat so ein bisschen dieses Besondere in der Stimme gefehlt. Gerade bei einem Lied von Maneskin und gerade Becken. Dann, ähm, will ich da auch so ein bisschen, ja, entweder was Kratziges hören oder eine tiefe Stimme. Und das hat mir gefehlt. Kommen wir zu Nadine Traury. Die 28 hat von Stevie Wonder, das Lied, Sir Duke gesungen. Auch hier hätte ich mich nicht umgedreht, aber es wurde umgedreht. Ähm, und zwar von Mark und Ray. Was mir auf jeden Fall gefallen hat, ist, dass sie eine eigene Version des Liedes gemacht hat. Aber, ähm, als Bassistin, sie hat sich ja vorgestellt, sie ist Bassistin, arbeitet in so einem Laden und so. Ähm, fand ich, hat sie mir ein bisschen zu sehr ein Solo gespielt. Da zu sehr den Fokus drauf gelegt, obwohl es ja eine Gesangshow ist. Fand ich ein bisschen schade. Ähm, lustig war, so gesehen, dieser Übergang vom ersten Song, von Luan zu hier, dass so Mark gesagt hat, ey Ray, du musst irgendwie deine Sätze schlüssiger sprechen und reden. Ähm, und dann hat er auch schlüssig geredet und immer so danach Punkt gesagt. Fand ich sehr, sehr unterhaltsam und lustig. Dennoch hat sich Nadine aber für Mark entschieden. Und damit ist das für Mark Talent Nummer 10. Als nächstes haben wir Verena Sturm. Verena Sturm, 27, ähm, hat, finde ich, ein tolles Lied gesungen. Und zwar Stop and Stare von One Republic. Ich bin ein sehr großer One Republic Fan. Deswegen habe ich da natürlich auch so genauer hingehört. Gerade wenn man so die Lieder von jemandem mag und man dann so andere Versionen hört. Finde ich, hört man da schon eher so drauf. Ähm, ich finde, das, ähm, hat sie sehr cool gemacht. In einer Akustikversion auf der Gitarre. Ein bisschen mehr Gefühl hätte ich mir zwar gewünscht, dennoch hätte ich mich umgedreht. Ich fand es schade, dass sich keiner der Coaches umgedreht hat. Ähm, ich fand es sehr, sehr schön gesungen. Ich hätte mich in dem Fall umgedreht. Ach ja, hier der Hinweis. Mein Fenster ist auf. Nur zur Info. Ich hätte es auch im normalen Video gesagt. Es geht jetzt leider nicht anders. Als nächstes haben wir dann gehabt Sarah Barelli, 34. Sie ist ein Travestie-Künstler. Oder eine Travestie-Künstlerin. Ähm, 34, kommt aus dem guten Hamburg. Und, ähm, hat von Sportfreunde Stiller ein Kompliment gesungen. Ich finde tatsächlich, ähm, so erstmal abgesehen vom Lied und so abgesehen, erstmal sehr sympathischer Mensch, tolle Vorstellung und tolle Stimme, kann ich jetzt schon mal sagen. Deswegen ist, ich mag tatsächlich nicht so die Lieder von Sportfreunde Stiller. Und Marc, finde ich, hat hier einen Punkt angesprochen, den ich sehr interessant und wichtig finde. Normalerweise ist es so bei diesen KünstlerInnen, so dass die meinen, ich muss ein bisschen extrovertiert auftreten. So ein bisschen mich hier in den Fokus setzen und irgendwie, ja, so ein Diva-Song singen. Ähm, ich finde, gerade durch diesen Song und dadurch, dass der auch mehr so in einer Balan-Version gesungen wurde, kam dieser Stimme mehr zur Geltung, die Stimme mehr zur Geltung, eine sehr schöne, warme Stimme und, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Marc und Peter haben sich umgedreht. Sie ist auch zu Peter gegangen. Warum auch? Äh, weil gerade auch die beiden noch ein Duett gemeinsam gesungen haben. Sehr, sehr schön, weil, ähm, Sarah gesagt hat, in ihrem Repertoire ist auch der Song Ich wollte nie erwachsen sein und dann ist Peter aufgestanden. Man hat die Initiative ergriffen, hat den Song angestimmt und haben beide gemeinsam gesungen. Das war sehr cool. Also wirklich sehr, sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen. Als nächstes hat gesungen Goran Todorovic, 40, hat vom guten Robbie Williams Let Me Entertain den Yu-Gi-Gi-Song. Das Ding ist, bei so einem Lied ist es so, du brauchst da irgendwie einen gewissen Flair. Du brauchst da schon eine Rockstimme. Und gerade auch bei so einer Größe des Songs, finde ich, musst du da mehr reinlegen. Er hat eine gute Stimme, er singt ja auch in einer Band, von daher, die Kraft hat er. Aber vielleicht, was doch, so wie Marcus auch gesagt hat, der Song größer als seine Stimme. Und du kannst nicht einfach so ein Lied nachsingen oder nachperformen. Das ist so das Ding. Und ja, das ist so dann das Problem dabei gewesen. Also, sorry für dieses Geräusch vom Umblättern. Als nächstes haben wir Tamiraman, 27. Und hat von Teenage Dirtback, oder nee, hat von Reaches Teenage Dirtback gesungen. Als Belada aber, und ich muss zugeben, Hammerauftritt. Also, einer von zwei meiner Lieblingsauftritte heute. Alle haben sich umgedreht. Sie hat auch eine echt schöne Stimmfarbe gehabt, muss ich zugeben. Ihre Eltern kommen ja aus Plattenladesh. Und, ähm, und die Eltern waren sehr gerührt. Ich fand die Stimme sehr, sehr schön. Äh, hat wirklich toll gesungen. Und, ähm, hat sich dann für Ray entschieden. Ähm, damit Talent Nummer 8 für ihn. Ich denke, es war vielleicht sogar eine richtige Entscheidung. Ja, ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ich hätte mich auch umgedreht. Und, äh, sehr schön gesungen. Ich finde, da, und da hat man so ein bisschen wieder was Besonderes in einer Stimme gehört. Hatte so eine spezielle Stimmfarbe halt eben. Und, äh, das fand ich auf jeden Fall schön. Als siebtes gesungen hat Frenzi Schwendemann, 40. Und hat das Lied, ähm, Mädchen von Lucy Electric gesungen. Ich hab nur so für mich überlegt, ist das das Lied, wo so gesagt oder gesungen wird, weil ich ein Mädchen bin. Und, äh, ja, tatsächlich war's das. Hm. Mein erster Eindruck, als ich sie so gesehen hab, muss ich zugeben, ihr redet sehr schnell. Und viel. Bisschen. Ja, und dann bist du mal hemmelig aufgebracht vor dem Auftritt. Keiner hat sich umgedreht. Stephanie war so kurz davor. Ähm, ich hab mich aber auch nicht umgedreht. Also, es war jetzt für mich nicht irgendwie so ein, so ein Blind Audition Song. Also, ein Blind Audition Song, finde ich, der muss irgendwie ein bisschen Pepp haben. Der muss, oder Emotionen sein, mit Emotionen sein. Ähm, das hat schon irgendwie nicht Hand und Fuß, wie man so schön sagt. Mir hat da deutlich was gefehlt. Und, ähm, deswegen, ähm, für mich sogar, würde ich sagen, in der Blind Audition in der Folge der schwächste Song. Ja, als nächstes haben gesungen zwei. Und zwar eineigige Zwillinge. Lucas und Clemens King. Auch bekannt als die King Twins. Beide 30. Ähm, ich freu mich, dass, ähm, Ray sich umgedreht hat, als einziger. Ich kann aber auch nicht verstehen, warum sich andere nicht umgedreht haben. Ähm, haben von Chasing Cars, äh, haben, nee, nicht, haben das die Chasing Cars von Snow Patrol gesungen. Äh, finde ich, wird, glaube ich, sehr, sehr oft gesungen. So gefühlt, so in Blind Audition, zumindest auch international, wie ich das mal so mitgekriegt hab. Ähm, sehr interessant ist auf jeden Fall, beide haben den gleichen Musikgeschmack, beide machen Sport, beide sind Marketingmanager in, ja, in verschiedenen Städten. Der eine bei Frankfurt, der andere bei Hoffenheim. Ähm, finde ich sehr, sehr cool, muss ich zugeben, und lustig. Ähm, auch die Stimme klingt relativ ähnlich. Es harmoniert zwar, ja, aber, ähm, da kann ein bisschen mehr Harmonie auf jeden Fall sein, gerade wenn man ja auch in einem Duo singt. Da muss ja irgendwie die Stimmen miteinander ja auch harmonieren, das hat mir da so ein bisschen, so ein paar Prozente gefehlt. Dennoch freut's mich, dass, äh, die beiden weiter sind und im Team Grey. Kommen wir zu Lizzy Gogua, 18. Äh, sie hat von Etta James, I would rather be, nee, I would rather go blind gesungen. Ähm, Marc, Stefanie und Ray haben sich umgedreht und sie hat sich für Stefanie entschieden. Ähm, auch sehr, ähm, ja, traurige Geschichte, kam vor zwei Jahren nach Deutschland. Spricht gut Deutsch, also man kann es nicht sehr gut verstehen. War so lustig, als war ihr dann auch so gesagt, und du bist jetzt zwei Jahre in Deutschland, ähm, wohnt jetzt irgendwie in einem Flüchtlingslager, wenn ich mich da jetzt nicht irre, äh, das hier notiert zu haben. Ihr Vater ist ja, ähm, oder ist ja irgendwie, hat ja eine Krankheit und ist, keine Ahnung, vielleicht in so einem Hospizkrankenhaus oder irgendwie so, kann ich mir jetzt, so sonst kann ich mir jetzt nichts weiteres vorstellen, so in dem Sinne. Ähm, ja, also so, die Geschichte ist schon mal so sehr emotional. Dann hat sie gesungen, ich muss zugeben, schöne, tiefe Stimme. Ähm, das, ich finde die Stimmfrage sehr interessant, ähm, ich musste so ein bisschen an die Geschichte, okay, nee, nicht an die Geschichte, das ist jetzt falsch ausgedrückt, aber so ein bisschen musste ich, oder wurde ich zurückgeinnert, an die Geschichte damals von, ähm, Samu und, ähm, Nadja. Nadja war zwar, war zwar nur ein Au-Pair-Mädchen, der ja Samu in der Staffel gewonnen hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass Lizzy auch relativ weit kommt, war ja zwar nicht mein Lieblingsauftritt in der Folge, aber dennoch, muss ich zugeben, fand ich den Auftritt stark und freut mich auch, dass sie weiter ist. Als nächstes und damit als zehntes von zwölf haben wir Franziska Kleinert, 53, und hat Barfuß am Klavier von Anne May, Anne, Tereit, heißt ja so, Anne May, Tereit, ähm, gesungen, Margot und Peter haben sich umgedreht, und, ähm, ja, ähm, ich hätte mich nicht umgedreht, muss ich zugeben, also, ich fand den Auftritt jetzt nicht schlecht, ich fand ihn aber jetzt auch nicht so besonders wie vorhin, wie ich es gesagt habe, dass ich da irgendwie für mich was Spezielles raushöre. Da hat mir was gefehlt. Und, ähm, dann war aber interessant so die Geschichte, dass sie vor 33 Jahren, wo sie 20 war, ähm, ein Duell mit, äh, Peter mal feierte, und zwar mit dem Lied Lass dich gehen. Demzufolge hat sie sich ja auch für Peter entschieden. Ähm, Mark hat dann auch natürlich gekämpft um sie, und hat, äh, seine eigenen Lieder Kongong und, ähm, ich trinke auf dich, gesungen, aber es hat nicht gereicht. Demzufolge Nummer 11 für Peter im Team. Als Elftes hat gesungen Luca Pitrullo, 28, und zwar von Green Day, American Idiot. Und allein, wenn wir über den Song reden und von wem der Song kommt, ist es für mich eher ein Minuspunkt zu drücken. Denn ich bin absolut kein Fan so von Green Day und so diese Richtung, so, ja, kann man Alternate, also Alternativ sagen, ich glaube schon. Ähm, gerade Richtung Ende wollte er dann auch ein bisschen zu viel, hat ein bisschen zu sehr gedrückt. Ähm, das hat man an den Stimmbändern und so am Hals auch gemerkt. Ähm, deswegen, ich hätte mich nicht umgedreht, die anderen haben sich nicht umgedreht. Von daher, ja, das war dieser Auftritt. Und dann kommen wir zum Letzten und das ist Jörg Lornsen. Jörg Lornsen, 38, ein sehr unsicherer Mensch, aber dafür umso interessanterer Mensch. Ähm, Vierer Bazaar. In allerletzter Sekunde noch haben sich Steff, Peter und Marc umgedreht. Ray, ja, so relativ früh, sag ich mal so, im Mittelteil des Songs. Ähm, und mit Tami, die wir ja vorhin hatten, finde ich, mit der Weste auftritt. Also wirklich, das war ein sehr starker Auftritt. Ähm, schön emotional gesungen. Ähm, stimmt, hat das Lied gesungen, bis meine Welt die Augen schließt, von Knappe. Kann er das Lied vorher nicht und ich finde, er hat das sehr, 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 sehr schön gesungen. Also wirklich sehr schön. Ähm, hat sich dann für Team Stephanie entschieden. Dadurch, dass er so ein unsicherer Mensch ist, ich hätte, so komisch das Klingenmerk, mich an seiner Stelle entweder für Ray oder Peter entschieden, weil er ist ja auch schon etwas älterer Mann und gerade so eine Erfahrung, wie er einen Ray ist hat, auch international, und einen Peter Maffay, hätte ich mich eher so an seiner Stelle, und wenn ich er gewesen wäre, eher für einen der beiden entschieden. Ich bin gespannt, was noch kommt, weil ich finde, egal welches Volk er gesungen hat, man hat ihm alles geglaubt. Er hat das so toll gesungen und, ähm, ja, das war die fünfte Show. Ja, es tut mir echt leid, dass das jetzt hier eher so in so einem, in so einem Podcast-Format jetzt hier kam. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich, ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, äh, stimmt, ich hätte theoretisch, äh, hier, ähm, gewisse Sachen machen können, wie hier stimmt das hier, oder das hier fällt mir noch auf. Gut, habe ich jetzt vergessen. Ähm, dafür habe ich euch die Bilder aber anders eingeblendet. Ähm, ich konnte die Bilder tatsächlich auch nicht mehr arbeiten, habe ich ja schon gesagt. Deswegen, ähm, ja. Meine Lieben, ich hoffe, trotzdem, euch hat das Video gefallen. Ähm, schreibt in die Kommentare, welcher Auftritt hat euch am besten gefallen. Wie gesagt, mir leid, dass es so ist. Ich hoffe, dass die Folge vielleicht morgen anders oder dann wieder normal stattfindet. Ich, ich, ich hoffe es. Ich, ich muss gucken, dass ich das irgendwie hinkriege mit der Facecam, äh, dass ich irgendwie das alte OBS hier wieder habe. Muss ich mich irgendwie heransetzen, weil ich, äh, ich bin leider nicht in dem Sinne so Technik bewandt. Deswegen, da muss ich, äh, später dann eher am Tage recherchieren, als jetzt in dem Sinne. Hier mitten in der Nacht, wo ich das Video aufnehme, dass das in dem Sinne ja auch pünktlich für euch kommt. Nun denn, ich wünsche euch was, wir hören von uns und, ähm, gebt dem Video einen Daumen nach oben, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder und bis dann, bleibt mir noch zu sagen, an Fufferpfefftor, ciao, liebe Top-Familie und sowohl es für uns, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss. und da, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.